Fußball ist mein Leben eigentlich. In Irak durften wir eigentlich kein Fußball spielen, aber wir haben trotzdem auf der Straße Fußball gespielt. Fußball sagen wir halt, das ist nur für Jungs. Ich habe mich umgehört und es gab eine Million Angebote für Jungs, aber eben keins für Mädchen, was ich persönlich sehr unfair fand. Deswegen war es mir wichtig, ein Angebot zu schaffen, was sich eben nur an Mädchen richtet. Für den Hilfsverein Havard Help, den ich gemeinsam mit meinen Schwestern gegründet habe, habe ich das Projekt Scoring Girls ins Leben gerufen. Dabei geht es darum, Mädels im Alter von 8 bis 18 Jahren, aus Flüchtlingsunterkünften, aber eben auch aus deutschen sozial schwachen Familien, einmal die Woche ein kostenloses Training zu ermöglichen. Weil ich eben weiß, wie es ist, Möglichkeiten zu bekommen. Gerade hier in Deutschland, es war für mich als Mädchen mit dem Migrationshintergrund auch nicht immer leicht, Fußball zu spielen. Also es sind zwei Jahre fast und ich muss ehrlicherweise zugeben, so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe, bin ich ganz ehrlich, es ist es eben nicht. Es ist nicht einfach nur auf den Trainingsplatz gehen und zu kicken, weil das kann ich eben ganz gut, sondern es ist tatsächlich eine Rundumbetreuung. Das heißt, sei es Behördengänge oder zu Ämtern oder Wohnungen suchen für die Mädels, damit sie endlich aus diesen Flüchtlingsunterkünften rauskommen. Wir waren im Heim, wir alle Mädels und dann hat unsere Heimleiterin, die Scoring Girls, gesehen und sie hat gesagt, wer dem Fußball spielen will, kann da hingehen. Und dann habe ich gesagt, ich will da hin. Und alle Mädels haben gesagt, du willst Fußball spielen und dann sind die anderen auch mitgekommen. Wichtig ist, dass man natürlich die Ängste und Sorgen der Eltern auch ernst nimmt. Dass man das eben nicht so abtut, wenn eine Mutter eben sagt, aber was ist, wenn das Jungfernhäutchen meiner Tochter reißt. Das waren auch die Sorgen meiner Eltern. Und dann muss man denen erstmal erklären, dass es so einfach beim Sporten eben nicht passiert. Es ist dann eben nicht nur die Mädels abholen, zum Trainingsplatz fahren, zwei Stunden trainieren und wieder nach Hause bringen. Ich sitze dann abends auch noch bei den Eltern, trinke Tee, kriege leckeres Essen, muss ich zugeben. Und dann wird sich dann natürlich auch über die Entwicklung der Mädels unterhalten. Also das größte Geschenk für mich ist zu sehen jetzt in diesen zwei Jahren, was für eine Entwicklung, was für eine tolle Entwicklung diese Mädels gemacht haben. Zum Beispiel Silva, die mit 13 hier angefangen hat und sehr verschüchtert war, sehr in sich gekehrt und sehr introvertiert, weil sie aus Syrien kommt und dort ihren Vater verloren hat. Das war eben alles nicht so einfach für sie und quasi mit ihrem kleinen Bruder und ihrer Mama jetzt hier in Köln lebt. Allerdings in der Rolle, dass sie sich jetzt um alles kümmern muss, für ihre Mama auch Sachen erledigen muss, da ist sie schlicht einfach überfordert gewesen. Da wusste ich halt genau, was ich tun muss. Ich muss diesem Mädchen, die Lust hat, Fußball zu spielen, eine Führungsposition geben und dann wächst sie eben auch da dran. Sie ist auch der Käpt'n dieser Mannschaft und sie hat das quasi adaptiert nach Hause. Also sie begleitet jetzt ihren Bruder zu Ärzten, ihre Mama zu Behörden und klar bin ich hin und wieder noch mit dabei, aber sie schafft das alles ganz selbstständig und sie hat da so viel auch an Selbstbewusstsein gewonnen. Und das ist eine Geschichte, die mich wirklich sehr persönlich auch sehr beeindruckt, weil ich es irgendwie geschafft habe oder wir mit Scoring Girls, dass sie über sich hinaus wächst. Mein Ziel ist, Fußballprofis zu werden. Die Möglichkeiten hier in Deutschland sind groß und wenn man etwas machen möchte oder haben möchte oder wie auch immer, dann sollte man alles dafür tun, diesen Traum auch für sich zu bekommen. Ich bin wirklich begeistert von dem Projekt Scoring Girls, weil ich glaube, dass es für Mädchen aus sozial schwachen Familien, auch aus Flüchtlingsfamilien ein unwahrscheinliches Geschenk ist, dass sie in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden. Und das, glaube ich, geht über einen Mannschaftssport nämlich besonders gut. Ich konnte mich heute davon überzeugen, dass hier eine wunderbare Arbeit geleistet wird, die dazu führt, dass Flüchtlinge die Integration schaffen über den Sport, aber dann eben auch viele Kontakte knüpfen können. Kontakte, wo man vielleicht ein Praktikum machen kann, wo man auch eine Lehrstelle bekommen kann.